Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung in GTA 5. Gestern haben wir uns ja Jesus angeguckt, falls du es nicht gesehen hast. Oh, fuck. Was passiert hier? Hast du was verpasst, mein Freund? Du hast wirklich was verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist mit am Start. Ja, wir reden hier von Complex Control, eine neue Mod, die für GTA 5 bereits in der Version 4.0 ist und den Battle Royale-Modus nach Los Santos bringt. Leider Gottes gibt es diese Mod nur im Sega-Player-Modus. Extrem schade ist. Aber wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir einstellen können. Avatar Profile Settings Database. Ja, können jetzt hier die Avatare durchskippen oder anpassen. Zum Beispiel sagen wir jetzt hier. Ne, finden wir geil. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Können wir alles durchskippen. Nehmen wir mal den hier. Da gibt es auch unterschiedliche Waffen, wie ihr seht. Press Tab for Details. Ja, wir haben hier unterschiedliche Sachen, die ihr freischalten könnt während der Runde. Dann Profile. Was können wir denn da machen? Warte mal. Hier, den Charakter finde ich ganz cool. Profile. Da sehen wir unsere Statistik. Best Real Avatar. Aber da steht logischerweise nichts. Settings haben wir auch. Ne, ihr könnt ja alles einstellen, was euch so interessiert. Und Database. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir legen mal los. Press Anna, when you're ready. Und ich finde es, wie gesagt, extrem schade, dass das Ganze nicht im Multiplayer-Modus vorhanden ist. Rockstar Games schneidet euch eine Scheibe hiervon ab. Und sorry, dass ich gerade wieder zu dunkel bin. Das liegt immer am Gegenlicht. So, wir sind jetzt hier in Los Santos. Und ihr seht unten links auf der Karte eine Zone. Ja. Und in der müssen wir jetzt erstmal bleiben. Die kommen. Oh, wir sollten vielleicht erstmal das Auto irgendwo in Sicherheit parken. Ist so eine Mischung aus Battle Royale und Deathmatch. Ja. Oh, oh. Die kommen, die kommen, die kommen. Und man stirbt relativ schnell. Ja. Aber hier kannst du gut für GTA RP üben. Warte mal. Und die bekriegen sich natürlich auch selber. Und wenn, wenn einer explodiert, dann ist er tot. Ihr seht oben rechts die Anzeige. Einer habe ich schon platt gemacht. Zwei. Noch ist es harmlos, Leute. Oh, fuck, 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 fuck. Was ist das denn? Oh, shit. Was macht der denn? Jetzt habe ich so eine Special-Funktion. Yeah. Jetzt kann ich die erstmal wegholzen. Das ist auch so ein Killstreak, lol. Warum bin ich eigentlich so schnell? Was ist denn das? Oh, ich habe dafür keine Munition. Scheiße. Scheiße, ich habe dafür keine Munition mehr. Unten steht es ja. Oh. Oh Gott. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Jetzt sterbe ich. Warum renne ich so schnell? Ich habe keine Munition für die Minigun. Warte, habe ich eine andere Waffe? Gib mir eine andere Waffe. Da. Zack. 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 Komm, wir machen einen Streak. Nice, nice, nice. Aber warum rennt der so schnell? Was ist denn das? Oh, es landet eine neue. Guck mal. Und das Ziel ist es zu überleben, Leute. Es kommt immer eine neue, oder was? Es ist immer... Ah, je, 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 je. Oh, shit. Aber stellt euch mal ein Battle Royale-Modus vor in GTA. Alter, was machen die denn? Oh, gee. Jetzt kommen die Roten noch dazu. Ich habe euch die Mod wie immer unten verlinkt. Fuck, fuck. Yeah. Wir machen gar voll die Points, Leute. Okay, gar nichts dazu. Egal, einfach drauf. Ich muss in der Zone bleiben. Die Zone wird immer kleiner, wie ihr unten seht. Oh, shit. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Next Zone in... Ai, ai. Boah, scheiße. Ich wäre beinahe draufgegangen. Müsste in der Zone bleiben. Warning. Was? Da kommt irgendein Strike, Mr. oder was? Hau ab. Oh, oh. Es geht... Shit, die Feuerwehr. Nein, nicht ins Feuer, nicht ins Feuer. Geh weg. Nicht ins Feuer, mein Bro. Lad nach, lad nach. Yeah. Wir sind noch in der Zone. Oh, jetzt kommt die Feuerwehr, Leute. Next Zone, next Zone. Darüber, darüber. Es wird eng, Leute. Es wird eng. Das schaffe ich gar nicht. Schnell, schnell, schnell. Oh, doch. Bin drin, bin drin, bin drin. Alter, was macht er denn? Oh, ich muss in der Zone bleiben. Ich darf nicht raus. Was, das hier ist die nächste Zone? Verarsch mich doch nicht. Es gibt übrigens ganz viele unterschiedliche Maps. Victory. Nice. Oh, bleibt drin, bleibt drin. So, erste Runde geschafft. Jetzt können wir, wenn wir möchten, uns einen neuen Avatar holen. Ja, ist halt eine coole Mod für zwischendurch, finde ich. Ne, Complex Control könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr findet den Link unter dem Video in der Beschreibung verlinkt. Warte mal, aber jetzt haben wir irgendwas Neues freigeschaltet. Äh, warte. Hier, ein neues Avatar, hier. Ein neues Avatar. Oh, hier, lol. Oh, Baby. Komm, machen wir noch eine Runde. Mal gucken, was für eine Map wir jetzt kriegen. Ab ins Wasser mit dir. Oh, shit. Nein. So, jetzt sind wir wieder in Blake County. So, erstmal in der Zone bleiben. Wo kommt es denn da? Polizei sichert erstmal die Gegend. Ey, ich hol es da jetzt so richtig rein, ne? Komm her. Oh, scheiße. Ich fliege aus der Zone. Nein. 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 Das war so dumm. Das war einfach dumm. Das war so doof, Leute. Okay, Leute. Neue Runde. Neues Glück. Gucken wir mal. Was ein Quatsch, ey. Fliege ich da außerhalb der Zone raus. Ich sollte erstmal hierbleiben. Na, wo sind die? Hä, wo, wo, wo? Wollst du einen Hubschrauber? Lande, mein Sohn. Wir würden dieser Hubschrauber. Alter. Jetzt sind die aber richtig stark. Was ist das denn hier? Warte mal, die sind jetzt auf einmal richtig stark. Ja, lande, lande, lande. Komm. Nice. Oh, ey. Ich werde hier gleich überfahren. Was? Was ist denn das? Oh mein Gott. Alter. Jetzt kommt ein Erster Strike. Steh auf. Nein. Trefft ihr nicht. Ja, Leute. Probiert die Mod selber aus. Komplex Control nennt sie sich. Ihr findet den Link wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Na, ihr wisst bescheuert, ey. Danke fürs Zugucken. Ich bin sehr, sehr auf eure Kommentare gespannt. Könntet ihr euch sowas im Multiplayer-Modus vorstellen? Ich stelle euch mal vor, das sind alle Spieler. Und der Battle Royale-Modus war über die ganzen Karte. Oder über Los Santos oder Blaine County. Alter, wie geil wäre das? Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Checkt das Video aus, was jetzt hier angezeigt wird. Das ist sehr lustig. Macht's gut, Leute. Mögen die mal mit euch sein. Warum auch immer mit Star Wars.